So ist es, und ich muss mich nach den richten, wenn meine Heuerer Zeit hat gehört, dass man das machen kann. Wirklich zu arbeiten kann ich leider nicht mehr machen. Ja, das ist schon klar, das ist schon klar. Ich kann dir anzahlen, ja, wir haben sich die letzten zwei Tage extrem getestet. Wirklich extrem getestet. Alter Schwede. Das mache ich nachher, weil ich muss meine Anwalt wieder zusammenstöpseln, weil ich brauche ein bisschen mehr und da habe ich noch einen anderen Bansch nachher drauf. Gut, das ist klar, das ist wieder mal anwalt. Ich muss jetzt warten, bis der eine seitenscheidiger ist und dann kann ich einmal aufbauen und dann kann ich testen. Richtig ist, es funktioniert dann. Funktioniert hat es die ganze Zeit, aber ob ich das richtig wieder ausschliess, weil ich spiele fast ganz groß. Oh, das sind ja wieder andere Dimensionen, was du magst. Ich glaube, ich habe den S6 und Radio 4 bis 5. Also für das, was das fliegen ist. Sehr gut, zum Actionmarkt. Wo fahrt ihr denn da? Welchen Actionmarkt fahrt ihr denn da? Die Stringerstraßen. Und einer, welche Strasse? Deininger. Ja, das ist Deininger. Ich bin noch der Weiß. Das ist schon mehr an der Actionmarkt. Im Stadioncenter gibt es da einen für einen Monat. Das ist richtig. Da erhält ich da konstant, konstant mit einem S6.